Was? Raus, komm, komm! Raus, komm! Raus, komm! Rauf! Raus, komm! Raus, komm! Raus! BAM! Herr, Herr! Hör, Herr, Herr! Hör, Herr, Herr! Was? Das hegst vornüber. Und des Quadrom, des Quadrom, die Jager, neuerdings, ach so, so geht's. Ja! Ich will die Ergegenste Frage erlauben, ob herzogliche Jager neuerdings Futspferd machen. Die einen, den anderen. Er kann nicht gehen. Er hat einen Streifschuss erwischt. Wo? Am Ohr. So, geht dir sonst auf die Ohren. So, Born, du Kramer, zu mir, so heißen nie die Leute. Ich hab dich fragen wollen, obst du nicht etwa mit mir gehst? Nein, ich mag nicht. Es muss aber länger sein. Nein, nein, Bruder, nein. Schau, Kasper, der Schuss heut soll dich vermahnen als End von aller Zeitlichkeit. Schau mal, ist das ein Minder? Ein starker, ein guter, ein probier. Nein! Das geht doch nicht. Ja, traust du nicht? Ja, trauen. Ich weiß bloß nicht, ob das gern g'shen würdet. Du musst doch kennenlernen, von was für Seligkeiten du die Leibreko ist. Seligkeiten! Und wenn's noch anders ward, und er die Brot nicht besteht. Marai, wie macht euch euer nur noch hier die? Ja, wenn der Glorikant und Kipps unterstrengt, braucht er's bald. Wart aber nur ein anständiges Wartblut auf die. Marai! Da! Wo sie eint wohl so. An wohl schützenfanger, des ko net so leicht drohen. An wohl schützenfanger, fangst net gleich dein. Du müssen's g'scheiter sein und voll schneit uns. Großvater! Hebe auf! Hebe auf! Du bist ja dumme Leute! Weil ich hebe mir so viele Karten in mein Häufeln ab, dass der große Ober dabei sein muss. Es ist deine Sache. Es ist ein ehrliches G'spielein. Du schaue ich! Die paar Karten, die las ich dir noch. Hebe auf! Ah, da is er! Des is der Schellenober! 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 Ah, da is er! Des is der Großunter! Großunter? Da gibt's den auch! Ah, Ruhrprenzburg! Wie cool! Trinkbar! Auf den Neunziger! Na boos! Ich mag nimmer dein Kirschgeist ein Hinterkipps, Gäbe auf wo er nicht sein kann. Ja, dann läge heut. Mit Gottes Mann! Unds Leben von Ege ist ein Freund. Töne! Schnelles Solo Via longa color premis Machen wir mit? Schiffen Ach, nix zum spielen, haben wir schon So, und jetzt ein gutes Ausspielen Ach Apro-Pink-Quad-Qi-Dump Was ist das, wenn ich schon mal ein Solo habe Musik Die Wolfschnupp, da muss er sein, weil das Bitter ist zwar immer noch, dass er Stein schaut runter, weil er um alles delibter geschnallt, ist das er? Denkst doch wo sehr am Leben? Meine Verzeihung, euer Heiligkeit, er, er ist in Gefahr. Was? Ja, die schießen ihn da und dann. Was dann? Ja, dann kommt er hierher zu dir, Ernstl Maria Katharina aus Allmacht gemürtig, heingerufen durch Gnade im 42. Lebensjahr. 42? 24? Ja, verdammt! Rufst du mich, Feindlgramm, aber sofort! Ich habe schon vor drei Jahren, wie es aufgesetzt war, bin ich ihm im Walde erschienen. Da steht erstarrt ein Büchsen-Schuss. Nein! Was soll das heißen? Ja, das ist ein bisschen lang. Ich habe mir den Schuss von dem Jäger gelegt, aber der hat mir auch kurz rufen. Und? Ja, da war ein Geier. Wer? Der gute Rat. Ja! Du hast eine Besuppen heilbrotts. Denf ins Haus. Sonst jage ich dich vom Ernst und stell dich vor, selbst ich krieg. Und? Ja! 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 Vielen Dank.